Hi Leute, was geht ab? Kryptomarko hier mal wieder mit einem ganz tollen neuen Video über das Thema Kryptowährungen. Die Währung bei einer loyale Bankberater von nebenan, die von einem Kauf abgeraten hat, weil er meinte, dass ein Sparbuch eine bessere Idee ist. Wir unterhalten uns heute über das Thema IOTA. Eine coole Abkürzung. Was ist IOTA? Wie funktioniert es? Kann man das Essen, Riechen, Schmecken, Trinken, irgendwo reinstecken? Sollte man investieren in IOTA? Das möchte ich alles in diesem Video klären. Doch bevor ich mit dem Video anfange, erstmal herzlichen Dank, dass du auf meinem Kanal bist und du dieses Video anschaust. Wenn es dir hilft oder du was gelernt hast, dann sei so nett und lass ein Like da. Ansonsten kannst du dir auch gerne die anderen Videos anschauen, davon gibt es eine Menge. Und abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest. Ansonsten hinterlasse auch gerne einen Kommentar mit deiner Bitcoin-Adresse hinten dran. Denn einmal die Woche verlose ich eine kleine Menge an Geld in Form von Bitcoin. Die Gewinner werden am Sonntag der Woche bekannt gegeben. Also jetzt 19. November, 26. November, 3. Dezember und so weiter. Bis ich sterbe, werden wöchentlich Gewinne ausgeschüttet. Das macht Spaß. Also einfach mitmachen. So, IOTA, bevor ich jetzt erkläre, was genau dahinter steckt, schauen wir uns einfach mal den Kurs an. Beim Initial Coin Offering ist leider sofort nach unten gegangen. Stagniert bis nach 0,16. Plötzlich nach oben geschossen auf 1 Dollar. Und jetzt mittlerweile, ja, nach einer Tiefphase wieder beruhigt sich, stabilisiert sich der Preis bei 60 Cent. Und was vielleicht sofort auffällt, wenn man auf CoinMarketCap sich IOTA anschaut, ist, dass MyOTA da ist, wo normalerweise das Kürzel sein sollte. Also kleines Beispiel, wenn ich jetzt Ripple eingebe, dann kommen jetzt nur mit drei Buchstaben XRP für Ripple raus. Die Erklärung dahinter ist, dass diese Einheit steht nicht für IOTAs. Diese Einheiten stehen für Millionen IOTAs. Also das hier mal eine Million. Was passiert eigentlich, wenn ich diese Zahl in den Rechner eingebe? Es würde mich interessieren, ob man das darstellen kann. Also so viele IOTA-Einheiten gibt es. Leider bin ich nicht mathematisch so bewandert, dass ich diese Zahl in normale deutsche Worte bringen kann. Aber eine ganze Menge. Und deshalb wird eben ein IOTA in Millionen IOTA eingegeben. Also ein MIOTA. Die sind noch alle derzeit im Umlauf. Und man kann auch sehen, dass der Return of Investment seit Anfang ist leider nur minus 6%. Also minus sieht man selten bei Kryptowährungen. Allerdings in den letzten sieben Tagen um 60% auch umgegangen. Wird spannend, wie es langfristig weiterläuft. Aber grundsätzlich, IOTA, hier ist die Seite ziemlich cool gemacht. Mit einem eigenen Blog, ein bisschen komisch scrollen kann man hier nicht so gut. Allerdings sogar mit einem eigenen Forum auch noch. Also hier ist der Blog, wo beschrieben wird, was passiert. Und hier ein Forum, das gar nicht mal so unaktiv aussieht. Oh, da sind ja ordentlich Sachen dabei. Interessant, interessant. Grundsätzlich zu IOTA, es ist ein Service, bei dem es viel um Internet of Things geht. Also smarte Vernetzung von Maschinen miteinander. Was ich persönlich ein bisschen creepy finde, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich irgendeiner reinhacken könnte. Das ist sehr gefährlich, wenn man Maschinen und Geräten die Kontrolle über sein Leben bringt. Also ich stehe auf analog, deshalb ist es mir etwas suspekt. Aber es ist höchstwahrscheinlich die Zukunft. Und ich weiß, es ist ein bisschen off-topic, aber wollte ich nochmal loswerden. Für diese Ehrlichkeit verdiene ich doch eigentlich ein Like und ein Abo. Kleiner Witz. Und IOTA, was besonders an IOTA ist, es bezeichnet sich selber als die dritte Generation von Crypto-Werdungen. Also die erste Generation war Bitcoin, alle anderen zwei und jetzt die dritte Generation. Denn, ganz besonders, IOTA benutzt keine Blockchain. Anstatt von einer Blockchain wird ein sogenanntes System benutzt, das Tangle heißt. Das wird hier auch im White Paper erklärt. Und Box Mining hat ein super geiles Beispiel dazu gebracht. Und zwar, wenn du Hausaufgaben machst in der Schule und es eine Lehrerin gibst und diese Lehrerin sie korrigiert und am nächsten Tag zurückbringt. Das ist eine normale Blockchain. Wenn du allerdings die Hausaufgaben an, wenn du zum Beispiel aber zu viele einfach nur auf einmal Hausaufgaben machen und die Lehrerin dann alles korrigieren müsste, dann wäre es einfach nur zu viel Zeit. Also sagt sie zu den Schülern, korrigiert eure Hausaufgaben alle mal gegenseitig und spart sie damit viel Zeit. Und so funktioniert das auch bei IOTA. Wenn du eine Transaktion durchführen willst, dann musst du erstmal zwei andere Transaktionen bestätigen. Somit ist auch die Skalierbarkeit vom ganzen System sehr hoch. Je mehr im System drin sind, desto schneller geht es auch. Als Maßstab. Bitcoin kann drei bis acht Transaktionen pro Sekunde regeln. PayPal 115. Visa 2000 bis 4000 pro Sekunde. Und IOTA kann 1000 pro Sekunde machen. Ripple ist der Spitzenreiter in den Kryptowährungen mit 1500, aber 1000 mit der derzeitigen Menge ist ein sehr guter Wert. Und er kann eigentlich, wenn mehr Leute dazukommen, dann geht es ja auch nach oben. Und was dieses System auch ermöglicht, ist Transaktionskosten freier Austausch. Also bei IOTA gibt es einfach keine Transaktionsgebühren. Und das gibt es so in der Form bei Kryptowährungen nicht. Zusammenfassend, Interested Things in Zukunft, keine Transaktionsgebühren, Skalierbarkeit. IOTA hat ganz schön viele Sachen, die es sehr interessant machen und damit auch, meiner Meinung nach, eine langfristig interessante Investition sind. Sollst du in IOTA investieren? Ich sage, warum nicht. Aber ich bin kein Finanzberater und es ist nur meine subjektive Meinung. Also mach bitte deine eigene Recherche, bevor du jetzt einfach nur alles in IOTA setzt. Ich danke dir ganz herzlich für das Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest was lernen. Wenn ja, dann lass einen Kommentar da. Und nach dem Kommentar auch deine Bitcoin-Adresse, damit ich weiß, wo ich dann die Bitcoins hinschicken kann. Ansonsten, herzlichen Dank fürs Zusehen. Abonniere meinen Kanal, wenn du mehr Videos sehen möchtest. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Traden, viel Gesundheit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.